Hallo Max, wie bist du auf gerade Kolumbien gekommen? Also mich hat Kolumbien schon immer interessiert als Land und ich wollte schon immer Urlaub hier machen und als ich gesehen habe, dass wir es als Auslandssemester haben, habe ich mich sofort dafür entschieden. Was macht Javerianer in Kali besonders? Es ist die Umgebung, der Campus, man hat so viele Möglichkeiten Sport zu machen, zum Beispiel Schwimmen, Fußball, Handball, alles was es gibt, kann man hier auf dem Campus machen. Wie sind denn die Vorlesungen? Die Vorlesungen für mich sind alle auf Englisch, da mein Spanisch nicht so gut ist und es ist viel besser als in Deutschland, da mehr auf die Studenten geachtet wird. Und wie ist das Verhältnis zu den Profs und den Studenten? Es ist mehr wie eine Freundschaft, weil die Dozenten sehr direkt sind miteinander und man kann sie per Du ansprechen und auch wegen allem ansprechen, wenn man Probleme hat. Wie lebt es sich denn in Kolumbien? Ich würde sagen besser als in Deutschland, weil alles viel günstiger ist, man kann besser essen gehen und es gibt so viele verschiedene Varianten von Essen hier. Und wie ist Kali? Es ist eine sehr warme Stadt, was ich sehr mag, aber auch tropisch, was heißt, es ist sehr schwül an einigen Tagen, aber eine wunderschöne Stadt. Was hast du hier schon unternommen in Kolumbien? Wir haben eine Stadttour durch Kali gemacht, sind ans Meer gefahren nach Buenaventura und fliegen jetzt auch in zwei Wochen nach Cartagena für den Ausflug. Auf einer Skala von 1 bis 10, würdest du das Semester an der Havajana weiterempfehlen in Kali? Auf jeden Fall eine 10, also es gibt nichts Besseres, wo ich mich hätte entscheiden können für. Wenn du dürftest, würdest du verlängern? Ja, würde ich. Super, vielen Dank. Gerne. Die Universität Kavajana in Kali in Kolumbien hat ca. 8100 Studierende, 1232 Vollzeitprofessuren. Je nach Ranking ist die Kavajana die Nummer 1 oder Nummer 3 in Kolumbien und beheimatet auf ihrem wunderschön angelegten Campus, ein vielfältiges Angebot für sportliche Aktivitäten. Die Kavajana besteht aus fünf Fakultäten. Die erste School of Economics and Business Administration, School of Engineering and Sciences, School of Health Sciences, School of Creation and Habitat, School of Social Sciences and Humanities. Ausländische Studierende können an allen Schools studieren. Spanisch ist Pflichtfach für Incomings und wird mit Kredits bewertet. Hi, would you like to give us a short introduction, who you are? Okay, my name is Tatiana Rios. I'm the person in charge of incoming students and also students of Haberiana that make double degree in international. Why should students from Esslingen come to Kali? Because you will find a different culture. You will find the best food. You will find support from the university. You will find also English classes and also you will practice your Spanish. How do you support the incoming students? Okay, Haberiana has a buddy program named Plan Parceros and they support our students to come here in all the aspects. We also have Spanish classes and we also have a week for them. We do a campus tour and we also do the city tour. Apart from studying, what can students expect here on the campus? Okay, you're going to find, I don't know how much animals, but you can find Kevin, that is our representative animal of the university. Squirrels, you're going to find, I don't know how do you say in English, but iguanas, but you'll find several animals here in the campus. It's very green. Are there any possibilities to do sports or art or anything here on the campus? Any sports that you want, you can do it here. It's for all of our students, including the international students. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Bye-bye. 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 We'll see you next week. Bye-bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017